Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Freitag, der 9. Juni 2023 und wir wollen heute mal einen Blick werfen auf Tesla und auf die jüngsten Entwicklungen, die wir hier zu sehen bekommen. Wir hatten mit Nvidia schon einen Kandidaten, der ja seit eigentlich jetzt rund um ein Dreivierteljahr ungefähr eine nahezu fast Vervierfachung des Aktienkurses von seinen Tiefs in 2022 hingelegt hat und rennt und rennt und rennt und rennt. Und man hat sich immer gefragt, wann kommt der Final eigentlich der Rücksetzer? Ich kann das deswegen so gut berichten, weil ich einer derer bin, die dort saßen und sich dachten, Mensch, jetzt wäre doch mal schön, wenn mal ein kleiner Rücksetzer käme. Nicht, weil ich das tradingtechnisch handeln möchte, sondern weil ich gerne einen Pull-In sehen möchte, um mich längerfristig hier in einem Leader im Bereich Halbleiter zu positionieren. Ja, so einen Leader haben wir auch im Bereich E-Mobilität, im Bereich eben rund um Tesla. Und jetzt haben wir eine News, die haben Runde gemacht, die für Tesla-Investoren längerfristig keine Überraschung darstellt. Tesla hat ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass man seine Supercharger, dass man die für Ford öffnet. Und gestern nachbörslich haben wir einen Twitter-Space gesehen und zwar mit Elon Musk und dem der CEO von GM, von General Motors, Mary Barra. Und dort wurde verkündet, dass jetzt Tesla diese Supercharger auch für GM öffnet. Also Tesla macht hier seinen Einfluss in diesem Bereich vollumfänglich geltend und sieht, dass noch mal eine Beschleunigung gestern in der Nachbörse noch mal fast 15 Millionen Stücke gehandelt gewesen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie weit geht es denn jetzt? Wann kommt denn da mal vielleicht ein Rücksetzer? Welche Ziele haben wir auf der Oberseite? Und genau darauf wollen wir in den folgenden Minuten hier mal einen etwas detaillierteren Blick werfen. Bevor wir beginnen natürlich, ganz wichtig der Hinweis, wir handeln hier CFDs und FX-Produkte. Das sind gehebelte Produkte, die gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, bitte sein persönliches Risikoprofil erstellen und oder von einem unabhängigen Finanzberater erstellen lassen. Und dann sich kostenlos auf xtb.com eine Demo runterladen. xtb.com slash de selbstverständlich. Kostenlos eine Demo runterladen und dann den Handel risikovare testen. Für weitere Informationen rund um Kontoeröffnung eventuell, die im Anschluss ansteht, wenn das Risikoprofil es zulässt, gerne auch xtb dann kontaktieren. Und wichtiger Hinweis, mögliche Interessenskonflikte muss ich im Hinblick auf Tesla jetzt zum Thema machen. Also ich bin Tesla-Investor, langfristig keine Trading-Position, aber nichtsdestotrotz halte eine Position in dem Zusammenhang. Nichtsdestotrotz alles, was ich hier grundsätzlich kommuniziere, auch aus Trading-technischer Perspektive, bitte nicht als Anlageentscheidung verstehen, missverstehen, sondern an dieser Stelle als Idee, als Gedanke, der sich mir offenbart und den ich einfach hier mit eben einer breiten Audience entsprechend eben tatsächlich teile. Das ist keine Anlageempfehlung oder sonst dergleichen, sondern rein edukativer Inhalt, den ich hier zur Verfügung stelle. Xtb.com vielleicht noch zwei, drei Worte zu verlieren. Bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, hier in der Mitte zu finden, auch natürlich all detail zu lesen auf der Webseite. Einer der Gründe dürfte das ziemlich kompetitive Angebot im Hinblick auf den DAX sein, mit 0,8 Punkten Zielspread und zwar von 8 bis 22 Uhr, nicht nur in der Haupthandelszeit, eben Xetra von 9 bis 17.30 Uhr, wie häufig angeboten, sondern hier wirklich dann von 8 bis 22 Uhr, eventuell auch für dann nachbörslich agierende oder berufstätige, die abends sich noch entsprechend den Märkten widmen wollen. Und wir wollen einen Blick natürlich werfen hier auf die X-Station 5 und folglich auf den Tesla-Chart und wollen dann entsprechend eben die News hier einordnen. Ich habe hier jetzt mal ein paar Linien eingezeichnet. Normalerweise sind meine Charts nicht so überladen damit, aber nichtsdestotrotz einfach um eine kurze Einschätzung zu geben, wo wir derzeit roundabout stehen. Wir haben jüngst jetzt hier einen Ausbruch zu sehen bekommen auf neue Jahreshochs in Tesla, korrespondierend mit einer Rückeroberung dieser gleitenden Durchschnittslinie. Das ist die 200-Tage-Linie. Wir hatten lange Zeit, hatten wir die verloren. Wir hatten uns relativ stark hier präsentiert gehabt in Relation zum breiten Markt. Also der Nasdaq zum Beispiel, der hatte hier in dieser Konstellation, in diesen Gefilden, ungefähr September war es, Oktober, neue Jahrestiefs damals markiert gehabt. Normalerweise sind Tesla und der Nasdaq recht stark positiv zueinander korreliert und haben dann allerdings ein Überrollen zu sehen bekommen. Bearishness die reinsetzte und Tesla konnte sich dem Abgabedruck aus dem breiten Markt nicht mehr widersetzen. Und dann kam es zu einem Panik-Ausverkauf über den gesamten Monat Dezember. Und es gab schon die ersten Tesla-Bären, die gefeiert haben und so weiter und so weiter. Was auch immer der Grund dafür war, ins Feld geführt wurden die kontroversen Verhaltensweisen von Elon Musk über Twitter zum Beispiel, was er getweetet hat und so weiter. Was auch immer dort der Grund war. Auf jeden Fall haben wir dann mit der starken Jahreseröffnung ein sehr, sehr starkes Reversal gesehen. Und haben eine Konsolidierung vollzogen. Einen eher enttäuschenden, sagen wir mal, Earnings-Call. Es waren weniger die Earnings und der Wachstumsausblick als solcher, als eher der Call, auf dem Elon Musk sich auch geäußert hatte. Und dann plötzlich von etwas philosophierte in Richtung, dass man hier Teslas im übertragenen Sinne ohne Profit verkaufen könnte. Mit Ausblick auf Full-Self-Driving beispielsweise. Das heißt, es ist der selbstfahrende Algorithmus, den man sich als Software drauf spielen kann auf den Tesla. Der Launch hier, der steht übrigens noch aus. Also das könnte nochmal ein weiterer Kurskatalysator auch auf der Oberseite sein. Wird massiv unterpreist, meiner Einschätzung nach. Ich glaube, die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie weit Tesla in diesen Gefilden bereits vorgestoßen ist. Und auch, wie unglaublich schwer es für die Konkurrenz sein wird, in diesem Bereich in irgendeiner Form Anschluss zu halten an Tesla. Aber darum soll es an der Stelle jetzt gar nicht gehen. Wir sahen dann jetzt hier ein Aufdrehen, einen sogenannten Curl-Up. Und wir haben jetzt eben entsprechend diesen Bruch zu sehen bekommen, über die 200-Tage-Linie zurück und auf neue Jahreshofs. Und der wird getragen von einer Ankündigung, die auch für Tesla-Investoren längerfristig keine Überraschung darstellt. Tesla-Investoren wussten, dass irgendwann dieses Supercharger-Network anderen Automobilbauern, E-Autobauern geöffnet wird. Und dass Tesla logischerweise dadurch nicht nur kostenlose Publicity bekommt und Werbung durch alle anderen Autobauer, sondern auch darüber hinaus kann sich dafür natürlich entsprechend bezahlen. Und die Infrastruktur, die man hier aufgebaut hat, auf die greifen jetzt in den USA eben nicht nur Ford zurück, sondern jetzt auch GM. Das war gestern diese Meldung, die hier gelaufen ist über den Twitter-Space. Wie gesagt, Mary Barra, Elon Musk in einem Twitter-Space. Das war das Announcement von General Motors. Und das hat dann dazu geführt, ich möchte das ganz kurz einmal hier in der Nachbörse zeigen, das fängt dieser Chart nämlich hier gerade nicht ein, weil er nur die Kasse einfängt. Gestern Schlusskurs 2,34 gewesen. Das hat dann dazu geführt, dass wir in der Nachbörse auf bis zu 250 Dollar gelaufen sind, weil mehr und mehr Marktteilnehmer einfach realisieren, das ist ein Game Changer. Und das ist nur eine, eine, ein Standbein, auf dem Tesla sein Geschäftsmodell fußt. Wie gesagt, FSD kommt darüber hinausgehend. Megapacks haben beispielsweise, also hohe Margen versprechende Energie zur Verfügung Stellung dann an dieser Stelle. Also Tesla ist eben nicht der klassische Autobauer, wie es häufiger kommuniziert wird. Und das sind alles Entwicklungen, die in den kommenden Monaten eine Rolle spielen werden und die sich dramatisch auf die Profitabilität eben für Tesla längerfristig auswirken werden. Demnach auch das in Volumen nachbörslich, das haben wir hier mal über MarketWatch zum Beispiel, mit 15, also über 14 Millionen, fast 15 Millionen gehandelter Stücke, also hochaktiv. Aber jetzt ist natürlich erstmal die Frage, also was bedeutet das jetzt für Investoren? Jetzt chasen? Nein. Also wer hier akkumuliert hat, Stücke reinbekommen hat, vielleicht auch in diesen Gefilden hier, der freut sich aktuell über eine attraktiv laufende Position. Ich würde gerne einen Pull-In sehen, um die Position weiter aufzubauen, nach Möglichkeit in Richtung vielleicht zurück der 200-Dollar-Region und dergleichen. Ich will aber auch gleich sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Zug abgefahren ist. Denn, ich gehe kurz auf Nvidia, auch in Nvidia hatte sich ein so überdehnter Modus dargestellt gehabt. Ich hatte kurz mal einen Trade, das war hier im Februar, ein kurzer Short-Trade, den ich glücklicherweise vor den Earnings da geschlossen habe. Mit einem kleinen Profit konnte ich den schließen, war alles gut, ich war glücklich und dachte mir, jetzt gucken wir mal die Earnings und dann kommst du ja vielleicht doch nochmal in die Swing-Position und dergleichen. Nein, bin ich nicht gekommen, sondern wir gappten aufwärts, halten das Gap aufgedreht, höhere, hochmarkiert, enge Konsolidierung, Ausbruch aus dieser engen Konsolidierung. Jetzt denkst du dir, okay, aber wie viel will man jetzt noch überzeugend sein als Nvidia? mit Ausblick auf die anstehenden Earnings hier, das war der, ich gucke mal ganz kurz aufs Datum, 24. oder 25. Mai, was willst du noch in Aussicht stellen, dass jetzt hier solch eine Aufwertung, ausgehend von diesen Tiefs, eine Verdreifung des Aktienkurses? Und wir reden hier von einem Big Tech, von einem Blue Chip Company. Was willst du jetzt noch an Earnings sehen, an Ausblick? Nvidia hat es geschafft, 60% die Wallstreet-Erwartung übertroffen, Gap-Up auf neue Allzeithochs. Ich will nicht sagen, dass Tesla genauso den Lauf sehen wird, aber es könnte sein, dass wir, bevor wir hier einen Rücksetzer sehen, erstmal noch eine dramatische Beschleunigung auf der Oberseite zu sehen bekommen. Wie gesagt, chasen wäre ich sehr vorsichtig, ich würde das erstmal abwarten wollen. Rücksetzer, 200 Dollar, vielleicht Anfang des Monats Juli, Rücksetzer durch die Tesla-Deliveries, die dort veröffentlicht werden, also die ausgelieferten Teslas, wenn die die Wachstumserwartungen nicht erfüllen können, beispielsweise, wenn das so ausschaut, als wenn Tesla Schwierigkeiten bekommt, um zum Beispiel die 1,8 Millionen geplanten auszuliefernden Teslas über das Jahr 2023 zu erreichen und dergleichen. All das könnte dafür sorgen, dass da vielleicht ein kurzer Pull-In stattfindet. Kurzfristige Trader, die orientieren sich aktuell, denke ich, hier an dieser rot gestrichelten Linie. Das ist ein Gap Close aus dem Oktober 2022, da haben wir dieses Gap Down, von dem wir uns aber nie wirklich haben erholen können. Das wäre so eine Zielregion um 2, wie gesagt, 2,65 ungefähr auf der Oberseite, die ich als Ziel nehmen würde. Also das bedeutet, wenn wir heute reinkommen in den Handelstag, starken Opening Drive sehen, eng konsolidieren, oberhalb des Volumen gewichteten Durchschnittspreises mit einem kleinen Risiko reinkommen, haben wir auf der Oberseite noch genügend Raum bis 2,65, dann würde ich das als Zielregion mir vorstellen können, dass wir in diese Gefilde eben vorstoßen. Andernfalls, also gestern wurde ich zum Beispiel auch gefragt, wie sieht es mit einer Korrektur aus mit Tesla? Ich habe gesagt, wenn wir tiefere Hochs bilden, 2,30 nicht rausnehmen können beispielsweise, dann könnte es sein, dass Tesla vielleicht mal für ein Korrekturplay hier sich irgendwie anbietet. Nun, diese tieferen Hochs, die haben wir nicht gebildet. Kurzer Flasch hier zur Eröffnung und dann einfach eine Chase auf höhere Hochs. Dann weißt du, Short ist keine Option. Ganz im Gegenteil, wir werden in den Abend hinein gekauft, in Antizipation, vielleicht auch auf diesen Twitter-Space dann mit Mary Barra und sehen dann jetzt eben dieses potenziell scharfe Gap auf der Oberseite. Und wir sind vor dem Hintergrund auch des jetzt hochemotionalen Umfeldes natürlich und dem Umstand, dass wir auch zum Beispiel im Nasdaq nach dem kurzen Washout am Mittwoch keine Follow-Throughs gesehen haben, keine weitere Schwäche, sondern die Aussicht auf die Fed nächste Woche eben den Markt ruhig hält und wir auf neue Impulse warten, haben wir auch ein Umfeld, welches dann hier in diesem Fall vielleicht eine weitere Beschleunigung auf der Oberseite eben denkbar werden lässt. Also Tesla auf jeden Fall eine super attraktive Aktie im derzeitigen Umfeld. Aus trading-technischer Perspektive, wie gesagt, übergeordnetes Kursziel, Bereich 2,65. Längerfristig, denke ich, ist Tesla auch zunehmend ein ernstzunehmender Konkurrent für weitere Aufschläge, auch in der zweiten Jahreshälfte. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in Gefilde um 300 Dollar vorstoßen. Wäre absolut im Bereich des denkbaren auf jeden Fall projiziertes Kursziel. Wie viel haben wir in diesen Gefilden ungefähr? Du willst nicht sehen, dass wir zurück auf die 200-Tage-Linie fallen, mit Sicherheit. Du wünschst dir aber sicherlich einen kurzen Pull-In, um vielleicht dann hier auch das Investmentportfolio ein bisschen breiter zu diversifizieren an der Stelle. Das war es meinerseits für heute gewesen. Schönes Wochenende. Happy Trading. Passt auf die Stopps auf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.